Musik Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht bin ich heute nicht alleine, die Mama ist heute dabei und die tut schon brav die Himbeeren pflücken, weil wir machen heute ein Himbeereis und ein Heidelbeereis. Musik Wir brauchen Himbeeren, Heidelbeeren, Joghurt, Kokosmilch, Eiweißpulver mit Vanillegeschmack, Agavendicksaft, Limmete und eine Avocado. Musik Gut, wir starten mit der Avocado. Wir brauchen pro Eis eine Hälfte, in der Mitte durchschneiden, öffnen, nehmen eine Hälfte und tun sie in ein hohes Gefäß. Musik Dann halbieren wir eine Limette, pressen diese aus und lernen es dazu. Nun Himbeeren Und dann die Joghurt. Das Eiweißpulver. Das Eiweißpulver. Kokosmilch. Kokosmilch. Und Agavendicksaft dazugeben. Musik So, nun bürieren wir das Ganze mit einem Stabmixer. Musik Hier haben wir jetzt die fertige Maste und die geben wir jetzt in den Gefrierschrank. Und man sollte jede halbe Stunde mal reinschauen und sie ein bisschen umrühren. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Dekorieren könnt ihr natürlich wie ihr wollt. Zum Beispiel wir haben jetzt hier diese Himbeeren oder diese Heidelbeeren. Und eine frische Minze aus unserem Garten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018